Also das ist dieser wunderbare Puro-Rose und den werden wir jetzt öffnen. Das ist der Cage. Das heißt, das muss man irgendwie mit einem Werkzeug abmachen. Also ich werde mal diesen Dings öffnen. Da kann ja nichts passieren hoffentlich. Und Kreuzkos haben wir ja alle. Die Frage ist, wie kriegen wir diesen... Ah, den verstehe ich schon. Den muss man einfach nur mit einem Schraubenzieher einfach so ab... Spart das nicht in der Erklärung mit der Beinung. Genau. Jetzt geht es einmal in den... Es geht darum, glaube ich, nur, dass man diesen Cage entfernt. Kann ja nichts helfen. Gibt es hier, ja, gibt es. So passt einmal auf. Na bitte, ja, gut gemacht. Nicht schlecht. Das ging aber schnell. Ist die Hefe drin oder ist es schon... Die Hefe ist da drin, so. Und in der Flasche? In der Flasche ist jetzt wunderbarer Champagner.